Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Heute spielen wir wieder eine Runde The Last Story Crew. Viel Spaß mit dem Video. Oh, muss ich lang, ist die Frage. Ah, wahrscheinlich hier und dann hier. Das ist schon ein Gegner. Der war ja einfach. Ah, der hat sogar was gedroppt. Ich bin ins Haufen. Let's go. Scheiben wir haben den Weg über die Kanalisation schon mehrere angenommen. Wer ist er? Kennen wir den nicht irgendwoher? Ne, Wache der Naboo. Warum stirbt er nicht? Okay, man kann ihn schon mal nicht attacken. Ich drück die ganze Zeit Verteidigen. Ja, also. Ich kann nicht mal schnell. Ich konnte nicht mal schnell die Waffe ändern, ne? Ich wollte doch nur wieder ein ganz normales Schild haben. Ich brauch dieses Mana Gedöns doch gar nicht. Ah, er lebt wieder, okay. Okay. So, du bist tot. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Was liegt hier in der Tiss rum? Die Spinnen sind Freunde, keinem Vorteil oder so. Ah, jetzt komme ich hier hoch und kann ihn da oben einfach mal aufs Maul holen. Wasser, laube, strunz. Nichts liegt da rum, okay. Bin ich so fässer schon? Das sieht so aus, als könnte ich... Ja, ich kann damit interagieren. Okay, wie mache ich das am besten? Erstmal wieder runtergehen. War das hier? Hier war das. Tor für die Radlinie öffnen. Let's go. Und dann selber hoch. Oh, das ist unglaublich. Erstmal looten hier. Okay, das Tor geht nicht einfach so auf. Hier gibt es wieder so ein Erinnerungs-Logbuch-Gedöns. Okay. Sieht so aus, wenn ich andere Leute töte, ist mein Goethe besser geführt. Okay. Okay. Keine Fortschritte, Bealterung. Gut. Aufsteigen kann ich wieder. Ähm. Gehen wir uns mal ein bisschen mehr Leben, dann stellen wir nicht mehr so auf. So, die Hoffnung. Verstärkungsschild. Okay. Wild. Was ist hier für eine Tür? Hier kann man doch bestimmt irgendwie die Tür aufmachen. Nein. Du hast es geschafft, Kapitän. Du hast die Schäuze von dieser Krieg in favor of our Rattors. Nice. Ich wünsche mir einfach, dass ich unsere nemesis Bufus' persönlich hätte. Und ihn exemplarisch. Ich hoffe, dass Rattors diese Körper bald finden. Aber wir haben ihn endlich abgeholt. Die Fortschritte werden in guter Weise von jetzt auf. Der Freude war alles mir. Ich habe dich nicht in der Krieg gesehen. Ich habe mich in der Nähe geholfen, um die lokale Sanctum zu schützen. Schützen? Das bedeutet... Ransack. Potato, potato. Die Schmerzen immer immer die wichtigsten Dinge für sich selbst. Technologie, Medizin und so weiter. Es wäre eine Schmerz, wenn sie verletzten in der Kriegung. Oh ja. Oh. Kann ich dich dann? Das klingt, wirklich, sehr interessant. Wir haben noch nicht gewonnen. Wir haben noch nicht gewonnen. Das könnte es dauern. Wir haben noch eine Herausforderung für dich. Wir brauchen den Feuer des Rattors. Dann sollten wir da hin, ne? Sure. But the path leads underground. So. We still need to clean the sewers. From what? From that spider. Ah ja. Hinter den Hof. Bediensteteil. The opening mechanism is somewhere around here. So. So. Just find it. And deal with the spider. We'll secure the sanctum in the meantime. Understood. Respect the ratvolution. Respect the ratvolution. So. So. nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und schaut auch gern bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ending.